... zusammengeflogen, von einem Schneeflug wahrscheinlich. Aber wenn ich dann Menschen kenne, dann hauen die auch nicht ab. Aber sie zum Beispiel... Ich habe ja gesagt, wir könnten auch... ...eine Herr Kölnitz-Themlein, guck mal laufen. Die würde so vorrangig... Aber man ist immer lang faul. Den müssen wir mal wieder sitzen. Ich dachte, die Ohllufte würde doch so eine andere HD-Kamera holen, ne? Ja. Hätte die bestellen können? Ne. Ich würde sagen, ja, würde das wahrscheinlich eh nicht. Gibt die mittlerweile schon für das den Preis? Ja, die 16 Euro für knapp 30 Euro. Also, ich habe das mal nie erlebt. Es gibt schon mal die Situation, dass... Alle Armen warten auch hier. Ja. Wie kommt der denn jetzt auf sich in die Struttgarter raus? Na gut. Na, jetzt hier die erste Falle. Ja, wir haben Dich gehabt. Wir haben Dich gehabt. Wir haben Dich gehabt. Auch ordentlich Karneval gefeiert? Oh, dann ist gut drauf. So ist er. Die fliegen so langsam. Also ich habe gelernt, Elstern dürfen sie immer nicht jagen. Die stehen immer noch unter dem Atemzug. Kann das denn sein? Das finde ich doch nicht aus. Bei uns da im Garten morgens, morze Zetra, da hast du 15 von diesen gespachts weißen Verdau-Brüdern. Oh, jetzt haben wir gar keinen Bock mehr, oder? Der wird jetzt noch da ausgetragen. Der kann gut laufen. Der kann gut laufen. Volle Murren. Ja, das ist normal. Der kann gut laufen, oder? Ja. 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 Vielen Dank.